Auf Platz 4 ist gekommen die Nummer 38, Hetherlands Royal Flush. Auf Platz 3, erst einen Applaus wert. Auf Platz 3 die Nummer 40, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, Itchy of Blue Shadow. Auf Platz 2 haben wir die Nummer 36, Daylight Spirit of Murphy's Ranch. Und auf Nummer 1 ist die Nummer 33 gekommen, Akil Balou vom Flerspachtal. Herzlichen Glückwunsch. Alle 4 Hunde wurden mit vorzüglich bewertet. Ja, das wurde schön, und schön. Jetzt hat es schön, ich danke euch alle. Ja, das war schön, das war schön. Danke schön, gut gut. Noch ein tolles Händchen. Glückwunsch. Du bist du, Herr 선생님. Lexos, ich bin kommen dann? Genau, ich bin bei mir, ich bin mit mir. Ich bin da mit mir. Das habe ich nicht gemacht, Herr Professor. Ja, hier bin ich mit mir. Das war der Wettbewerb.